Ich freue mich schon auf den 12.12. jetzt, wenn ihr dann ins Werk kommt. Das erste Mal in der Raffinerie. Darauf freue ich mich sehr. Ich habe die anderen Azubis, die jetzt auch bei der MFA mit mir zusammen sind, davor gar nicht gekannt. Und ja, wir verstehen uns gut. Man hat ja jeden Tag miteinander was zu tun. ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020